20. Kapitel Oder doch nicht, war er während des Jahres unserer Trennung kein anderer geworden, so war er doch ausgesprochener noch er selbst geworden. Und das genügte, mich zu beeindrucken, besonders, da ich wohl ein wenig vergessen hatte, wie er war. Die Kühle unseres Abschiedes in Halle habe ich geschildert. Unser Wiedersehen, auf das ich mich unendlich gefreut hatte, stand ihm in dieser Eigenschaft nicht nach, sodass ich, verblüfft, zugleich erheitert und betrübt, alles zu verschlucken und niederzuhalten hatte, was sich an Gefühl dabei über den Rand meines Wesens drängte. Dass er mich vom Bahnhof abholen würde, hatte ich nicht erwartet, hatte ihn auch gar nicht genau die Stunde meiner Ankunft wissen lassen. Ich suchte ihn einfach, noch ohne für eigene Unterkunft gesorgt zu haben, in seiner Wohnung auf. Seine Wirtin meldete mich ihm und ich betrat das Zimmer, in dem ich mit froher Stimme seinen Namen rief. Er saß an seinem Schreibtisch, einem altmodischen Sekretär mit Rolldeckel und aufgesetztem Schranke und schrieb Noten. »Hallo«, sagte er, ohne aufzublicken, »gleich können wir reden« und fuhr noch einige Minuten in seiner Arbeit fort, indem er es mir überließ, ob ich stehenbleiben oder es mir bequem machen wollte. Man muss das so wenig missverstehen, wie ich es tat. Es war ja ein Beweis gealtgesicherter Intimität, eines Zusammenlebens, das durch die einjährige Trennung gar nicht hatte berührt werden können. Es war einfach, als wäre unser Abschied gestern gewesen. Trotzdem war ich ein wenig enttäuscht und beschnieen, wenn auch erheitert zugleich, wie das Charakteristische uns erheitert. Längst hatte ich mich auf einem der mit Teppichstoff überzogenen Foteus ohne Armlehne niedergelassen, die den Büchertisch flankierten, als er den Füllfederhalter zuschraubte und zu mir trat, ohne mich auch nur recht anzusehen. »Du kommst gerade recht«, sagte er und setzte sich an die andere Seite des Tisches. »Das Schafgosch-Quartett spielt heute Abend Op. 132. Du gehst doch mit.« Ich verstand, dass er von Beethovens Spätwerk dem Streichquartett in A-Moll sprach. »Wie ich da bin«, erwiderte ich, »wie ich da bin, gehe ich mit. Es wird gut sein, den lydischen Satz, den Dankgesang eines Genesenden, nach langer Zeit wieder einmal zu hören. »Den Becher«, sagte er, »lehr ich jeden Schmaus. Die Augen gehen einem über.« Und er fing an, von den Kirchentonarten und dem Ptolemäischen Tonsystem, dem Natürlichen zu sprechen, dessen sechs verschiedene Klangcharaktere durch die temperierte, das ist die falsche Stimmung auf zwei, Dur und Moll reduziert wurden und von der modulatorischen Überlegenheit der richtigen Tonleiter über die temperierte. Diese nannte er »ein Kompromiss für den Hausgebrauch«, wie auch das temperierte Klavier ein Ding sei, Recht für den Hausgebrauch, einen vorläufigen Friedensvertrag, keine 150 Jahre alt, der allerlei Beträchtliches zu Wege gebracht habe, »oh, sehr Beträchtliches«, von dem wir uns aber nicht einbilden sollten, dass er für die Ewigkeit geschlossen sei. Er sprach sein großes Gefallen darüber aus, dass es ein Astronom und Mathematiker gewesen sei, Claudius Ptolemäus, ein Mann aus Oberägypten, wohnhaft in Alexandria, der die beste aller bekannten Skalen, die natürliche oder richtige, aufgestellt habe. Das Beweise aufs Neue, sagte er, die Verwandtschaft von Musik und Himmelskunde, wie sie schon durch die kosmische Harmonielehre des Pythagoras bewiesen worden sei. Zwischendurch kam er auf das Quartett und seinen dritten Satz, die fremde Luft, die Mondlandschaft desselben zurück und auf die enorme Schwierigkeit der Aufführung. »Im Grunde«, sagte er, »muss jeder der Vierer ein Paganini sein und dabei nicht nur den eigenen Pacht beherrschen, sondern die der drei anderen auch. Sonst ist kein Auskommen. Gottlob ist auf die Schafkoschleute Verlass. Man kann es heute, aber es steht an der Grenze des Spielbaren und war zu seiner Zeit einfach nicht spielbar. Die erbarmungslose Gleichgültigkeit eines Entstiegenen gegen das irdisch-technische gehört für mich zum Allerbelustigendsten. »Was geht mich Ihre verdammte Geige an?« sagte er zu einem, der sich beklagte. Wir lachten, und das Eigentümliche war nur, dass wir uns überhaupt nicht begrüßt hatten. Übrigens, sagte er, sei da noch der vierte Satz, das unvergleichliche Finale mit der kurzen, marschartigen Einleitung und jenem stolz hingelegten Rezitativ der ersten Geige, womit so passend wie möglich das Thema vorbereitet wird. Es ist nur ärgerlich, wenn du es nicht erfreulich nennen willst, dass es in der Musik, wenigstens in dieser Musik, Dinge gibt, für die im ganzen Bereich der Sprache beim besten Willen kein wirklich charakterisierendes Beiwort, auch keine Kombination von Beiworten, aufzutreiben ist. Ich habe mich dieser Tage damit geplagt, du findest keine adäquate Bezeichnung für den Geist. Die Haltung, die Gebärde dieses Themas, denn es ist viel Gebärde darin, tragisch kühn, trotzig, emphatisch, das Elanhafte, in zerhabene getrieben, alles nicht gut. Und herrlich ist natürlich nur eine alberne Kapitulation. Man landet zuletzt bei der sachlichen Vorschrift und bei dem Namen. Allegro, Appassionato, das ist noch das Beste. Ich stimmte ihm zu, vielleicht, meinte ich, würde uns abends noch etwas einfallen. Du musst bald Kretschmer sehen, fiel ihm ein. Wo wohnst du? Ich sagte ihm, dass ich für heute irgendein Hotelzimmer nehme und mich morgen nach etwas Passendem umsehen wolle. Ich verstehe, sagte er, dass du mich nicht beauftragt hast, dir etwas zu suchen. Man kann das keinem anderen überlassen. Ich habe, setzte er hinzu, den Leuten im Café Zentral von dir und deinem Kommen erzählt. Ich muss dich bald einmal da einführen. Mit den Leuten war der Kreis junger Intellektueller gemeint, deren Bekanntschaft er durch Kretschmer gemacht hatte. Ich war überzeugt, dass er sich ungefähr zu ihnen verhielt, wie zu den Winfried-Brüdern in Halle. Und als ich sagte, es sei erfreulich, dass er rasch schicklichen Anschluss gefunden habe, in Leipzig, erwiderte er denn auch nun Anschluss. Schildknapp, der Dichter und Übersetzer, fügte er hinzu, sei noch das Wohltuendste, aber er habe es an sich, dass er aus einer Art von nicht gerade superiorem Selbstgefühl immer versage, sobald er merke, dass man etwas von ihm wolle, ihn brauche, ihn in Anspruch zu nehmen versuche. Ein Mensch von sehr starkem oder vielleicht auch etwas schwächlichem Unabhängigkeitssinn, sagte er, aber sympathisch, unterhaltlich und übrigens geltlich so knappgestellt, dass er selber sehen müsse, wie er durchkomme. Was er von Schildknapp gewollt hätte, der als Übersetzer in nahem Verhältnis zur englischen Sprache lebte und überhaupt ein warmer Verehrer alles Englischen war, stellte sich in weiteren Gesprächen noch diesen Abend heraus. Ich erfuhr, dass Adrian nach einem Opern-Sujet Ausschau hielt und dass er schon damals, Jahre bevor er sich ernstlich der Aufgabe näherte, Love is Laver is Lost dafür ins Auge gefasst hatte. Was er von dem auch musikalisch bewanderten Schildknapp wünschte, war die Einrichtung des Textes. Aber jener wollte, teils um seine eigenen Arbeiten willen, teils auch wohl, weil Adrian ihn vorderhand kaum hätte entschädigen können, nichts davon wissen. Nun, später habe ich dem Freunde diesen Dienst geleistet, denke gern an das erste vortastende Gespräch zurück, das wir schon an jenem Abend über den Gegenstand führten. Ich stellte fest, dass die Tendenz zur Vermählung mit dem Worte, zur vokalen Artikuliertheit ihn mehr und mehr beherrschte. Er versuchte sich jetzt fast ausschließlich in der Komposition von Liedern, kurzen und längeren Gesängen, ja epischen Bruchstücken, wobei er seinen Stoff einer mittelmeerischen Blütenlese entnahm, die in ziemlich glücklicher deutscher Übersetzung, provenzalische und katalonische Lyrik des 12. und 13. Jahrhunderts, italienische Dichtung, visionäre Höhepunkte der Diviner Comedia, dann Spanisches und Portugiesisches umfasste. Es war in der musikalischen Stunde nach und nach den Jahren des Adepten fast unvermeidlich, dass hier und dort der Einfluss Gustav Mahlers spürbar war. Aber schon wollten ein Laut, eine Haltung, ein Blick, eine alleinwandelnde Weise wahrgenommen sein, die fremd und streng auf sich selbst bestanden und an denen man heute den Meister der grotesken Gesichte der Apokalypsis wiedererkennt. Am deutlichsten meldete dieser sich an in den Gesängen der Reihe, die dem Purgatorio, dem Paradiso entnommen und mit klugem Sinn für ihre Affinität zur Musik gewählt sind. So etwa in dem Stücke, das mich besonders einnahm und das auch Kretschmer sehr gut geheißen hatte, wo der Dichter im Lichte des Venusgestirnes die kleineren Lichter, es sind die Geister der Seligen, die einen rascher, die anderen langsamer, je nach der Art ihrer Gottbetrachtung, ihre Kreise ziehen sieht und dies den Funken vergleicht, die man in der Flamme, den Stimmen, die man im Gesange unterscheidet, wenn sich die eine um die andere schlingt. Ich war erstaunt und entzückt über die Wiedergabe der Funken im Feuer, der sich verschlingenden Stimmen und doch wusste ich nicht, ob ich diesen Fantasien über das Licht im Lichte oder den Grübelerischen mehr gedachten als geschauten Stücken den Vorzug geben sollte. Denen, wo alles zurückgewiesene Frage ringen ums Unergründliche ist, wo der Zweifel am Fuß der Wahrheit sprießt und selbst der Cherub, der in Gottes Tiefe blickt, den Abgrund des ewigen Entschlusses nicht ermisst. Adrian hatte da etwa die furchtbeharte Folge von Versen gewählt, wo von der Verdammnis der Unschuld, der Unbelehrtheit die Rede ist und nach der unbegreiflichen Gerechtigkeit gefragt wird, die den Guten und Reinen, nur eben nicht getauften, vom Glauben nicht erreichten, der Hölle überantwortet. Er hatte es über sich gewonnen, die dauernde Erwiderung in Töne zu setzen, welche die Ohnmacht des geschöpflich Guten vor dem Guten an sich verkündet, als Quelle der Gerechtigkeit durch nichts, was unser Verstand ungerecht zu nennen versucht ist, von sich selber weichen kann. Mich empürte diese Verleugnung des Menschlichen zugunsten einer unsäglich absoluten Vorbestimmung, wie ich überhaupt wohl Dantes dichterische Größe anerkenne, von seinem Hange zur Grausamkeit und zur Macht, dass Zähnen aber mich immer abgestoßen fühlte. Und ich erinnere mich, dass ich Adrian Schalt, weil er sich zur Komposition der schwer erträglichen Episode entschlossen hatte. Es war bei dieser Gelegenheit, dass ich in einem Blick seine Augen begegnete, den ich früher nicht an ihm gekannt hatte und an den ich dachte, als ich mich fragte, ob ich ganz recht hätte zu behaupten, ich hätte ihn nach unserer einjährigen Trennung unverändert wiedergefunden. Dieser Blick, der ihm nun eigentümlich blieb, wenn man ihn auch nicht oft nur von Zeit zu Zeit und manchmal ohne jeden besonderen Anlass zu erfahren hatte, war in der Tat etwas Neues. Stumm, verschleiert, distanzierend bis zum Beleidigenden, dabei sinnend und von kalter Traurigkeit, endete er mit einem nicht unfreundlichen, aber doch spöttischen Lächeln des verschlossenen Mundes und jenem sich abwenden, das nun wieder zu den altvertrauten Bewegungen gehörte. Der Eindruck war schmerzlich und, ob gewollt oder ungewollt, kränkend, aber ich vergaß ihn rasch bei weiterem Zuhören, beim Lauschen auf die bewegende musikalische Diktion, die dem Purgatorio-Gleichnis von dem Manne verliehen war, der in der Nacht ein Licht auf seinem Rücken trägt, das ihm nicht leuchtet, aber hinter ihm den Weg der Kommenden erhellt. Ich hatte Tränen dabei in den Augen. Aber noch glücklicher machte mich die überaus gelungene Gestaltung der nur aus neun Versen bestehenden Anrede des Dichters an sein allegorisches Lied, das so dunkel und mühevoll spreche und keine Aussicht habe von der Welt nach seinem verborgenen Sinne verstanden zu werden. So möge es trägt ihm sein Schöpfer auf die Leute bitten, wenn schon nicht seine Tiefe, so doch seine Schönheit wahrzunehmen. So achtet wenigstens, wie schön ich bin. Wie die Komposition aus der Schwierigkeit, künstlichen Verworrenheit, fremdartigen Mühsal der ersten Verse zu dem zarten Licht dieses Ausrufs hinstrebt und sich rührend darin erlöst, das fand ich gleich damals bewundernswert und machte keinen Hehl aus meiner freudigen Zustimmung. Desto besser, wenn es schon etwas taucht, sagte er und in den anschließenden Gesprächen wurde klar, dass er das schon nicht auf sein jugendliches Alter, sondern darauf bezog, dass er die Liederkomposition, wie viel Hingabe er auch der einzelnen Aufgabe widmete, im Ganzen doch nur als Vorübung zu einem geschlossenen Worttonwerk betrachtete, das ihm vorschwebte und dessen Gegenstand eben die Shakespeare-Komödie abgeben sollte. Den Bund mit dem Worte, den er betrieb, trachtete er theoretisch zu verherrlichen. Musik und Sprache insistierte er gehörten zusammen, sie seien im Grunde eines, die Sprache Musik, die Musik eine Sprache und getrennt berufe immer das eine sich auf das andere, ahme das andere nach, bediene sich der Mittel des anderen, gebe immer das eine sich als das Substitut des anderen zu verstehen. Wie Musik zunächst Wort sein, wortmäßig vorgedacht und geplant werden könne, wollte er mir durch die Tatsache demonstrieren, dass man Beethoven beim Komponieren in Worten beobachtet habe. Was schreibt er da in sein Taschenbuch, habe es geheißen? Er komponiert, aber er schreibt Worte, nicht Noten. Ja, das war so seine Acht. Er zeichnete gewöhnlich in Worten den Ideengang einer Komposition auf, in dem er höchstens ein paar Noten zwischen hineinstreute. Hierbei verweilte Adrian sichtlich davon angetan. Der künstlerische Gedanke meinte er, Bilde wohl überhaupt eine eigene und einzige geistige Kategorie, aber schwerlich werde jeder erste Entwurf zu einem Bilde, einer Statue, in Worten bestanden haben, was für die besondere Zusammengehörigkeit von Musik und Sprache zeuge. Es sei sehr natürlich, dass die Musik am Wort entbrenne, das Wort aus der Musik hervorbräche, wie es sich gegen Ende der 9. Symphonie ereigne. Schließlich sei es doch wahr, dass die ganze deutsche Musikentwicklung zu dem Wort Tondrama Wagners hinstrebe und ihr Ziel darin finde. Ein Ziel, sagte ich, indem ich auf Brahms hinwies und auf das, was ein absoluter Musik, in dem Lichter auf seinem Rücken herangekommen sei. Und er willigte in die Einschränkung umso leichter als das, was er von Weitem vorhatte, so unwagnerisch wie möglich, der Naturdämonie und der mythischen Pathos am allerfernsten war. Eine Erneuerung der Operabuffer im Geist künstlicher Persiflage und der Persiflage der Künstlichkeit etwas von hochspielerischer Präziosität, die Verspottung affektierter Askese und jenes Euphoismus, der die gesellschaftliche Frucht der klassischen Studien war. Er sprach mir mit Begeisterung von dem Gegenstand, der Gelegenheit bot, das naturwüchsig Töpelhafte neben das komisch Sublime zu stellen und eines im anderen lächerlich zu machen. Archaisches Heldentum, die rodomontierende Etikette ragte aus verstorbener Epoche hinein in der Person des Don Armado, den er mit Recht für eine vollendete Opernfigur erklärte. Und er zitierte mir auf Englisch Verse des Stückes, die er offenbar tief ins Herz geschlossen hatte. Die Verzweiflung des witzigen Biron über seine eidbrüchige Verliebtheit in die mit den Pechkugeln statt der Augen im Kopf sein Ächzen und Beten müssen um eine die bei Gott das Ding will tun wer Argus auch ihr Wächter und Eunuch Dann die Verurteilung eben dieses Biron dazu ein Jahr seinen Zungenwitz am Lager stöhnender Kranker zu üben und seinen Ausruf Es kann nicht sein Scherz rührt die Seele nicht in Todespein Mirth cannot move a soul das eines Tages unbedingt komponieren zu wollen dies und das unvergleichliche Gespräch im fünften Akt über die Nachheit des Weisen über den hilflosen verblendeten und entwürdigenden Missbrauch des Geistes die Narrenkappe der Leidenschaft damit zu schmücken solche Aussprüche meinte er wie die beiden Verse die besagen dass kein Jugendblut so töricht ausschweifend entbrenne wie der von Torheit befallene Ernst er ist Gravities Revolt to Wantonness gediehen nur auf den Genie Höhen der Dichtung ich war glücklich über seine Bewunderung seine Liebe obgleich mir die Stoffwahl nicht einmal behagte und ich immer etwas unglücklich war über eine Verspottung von Auswüchsen des Humanismus die doch schließlich auch die Sache selbst ins Lächerliche zieht das hat mich später nicht gehindert ihm das Libretto einzurichten was ich ihm aber gleich mit aller Macht auszureden suchte war sein sonderbares und gänzlich unpraktisches Vorhaben die Komödie auf Englisch zu komponieren weil er das als das einzig richtige würdige authentische empfand auch weil es ihm um der Wortspiele und des alten englischen Volksverses des Doggerol Reimes Willen geboten schien der Haupteinwand dass er sich durch einen fremdsprachigen Text jede Aussicht auf Verwirklichung des Werkes durch die deutsche Opernbühne verbauen werde ließ er nicht gelten weil er es überhaupt ablehnte sich ein zeitgenössisches Publikum für seine exklusiven abseitig skurrilen Träume vorzustellen es war eine barocke Idee die aber tief in seinem aus hochmütiger Weltscheu dem altdeutschen Provinzialismus von Kaisers Aschern und einem ausgesprochenen Gesinnungs Kosmopolitismus sich zusammensetzenden Wesen wurzelte nicht umsonst war er der Sohn der Stadt in der Otto der Dritte begraben lag seine Abneigung gegen das Deutschstum das er verkörperte ein Widerwille der ihn übrigens mit dem Anglisten und Anglomanen Schild knapp zusammenführte trat in die beiden Erscheinungsformen versponnener Schüchternheit vor der Welt und eines inneren Bedürfnisses nach Welt und weiter auseinander das ihn darauf bestehen ließ dem deutschen Konzertsaal Gesänge in fremder Sprache zuzumuten oder Richtige sie ihm durch die fremde Sprache vorzuenthalten tatsächlich brachte er noch in meinem Leipziger Jahr Kompositionen von Originalgedichten Verlains und des von ihm besonders geliebten William Blake zum Vorschein die jahrzehntelang nicht gesungen worden sind die nach Berlin habe ich später in der Schweiz gehört eines davon ist das wundervolle Gedicht mit der Schlusszeile C'est leur Exquise ein anderes das ebenso zauberhafte Chanson d'Automne ein drittes der fantastisch melancholische unsinnig melodieuse Dreistrophe der mit den Zeilen beginnt Un grand sommeil noir tombe sur ma vie auch ein paar ausschweifend närrische Stücke aus den Fêtes Galantes waren darunter das et bonsoir la lune und vor allem der makabre mit Kichern beantwortete Antrag mourons ensemble voulez-vous was Blake's seltsame Poesien betrifft so hatte er die Strophen von der Rose in Töne gesetzt deren Leben von der dunklen Liebe des Würmes zerstört wird welcher den Weg in ihr karmesinfarbenes Bett gefunden hat dazu den unheimlichen 16-Zeiler vom Poisson Très worin der Dichter seinen Grimm mit Tränen bewässert mit Lächeln und tückischen Listen besonnt so dass am Baume ein lockernder Apfel wächst mit dem sich der diebische Feind vergiftet zur Freude des Hassers liegt er morgens tot unterm Baum die böse Schlichtheit des Gedichtes war in der Komposition vollkommen wiedergegeben aber noch einen tieferen Eindruck machte mir gleich beim ersten Hören ein Lied über Worte von Blake die von einer goldenen Kapelle träumen vor welcher Weinende Trauernde Betende stehen ohne zu wagen sie zu betreten es erhebt sich nun das Bild einer Schlange die mit zäher Mühe Eingang in das Heiligtum zu erzwingen weiß die schleimige Länge ihres Leibes über den kostbaren Fußboden zieht und den Altar gewinnt wo sie Brot und Wein mit ihrem Gifte bespeit so schließt der Dichter mit verzweiflungsvoller Logik darum und daraufhin sagt er begab ich mich in einen Kurben und legte mich zwischen den Schweinen nieder die Traumbangigkeit der Visionen der wachsenden Schrecken das Grauen der Besudelung endlich der wilde Verzicht auf ein durch den Anblick entehrtes Menschstum waren in Adrians Musik mit erstaunlicher Eindringlichkeit wiedergegeben doch das sind spätere Dinge wenn sie auch alle in einen Abschnitt gehören der Leverkühns Leipziger Jahre behandelt an jenem Abend nach meiner Ankunft also hörten wir das Konzert des Schaff-Gosch Quartettes zusammen und besuchten am nächsten Tage Wendel Kretschmer der mir unter vier Augen von Adrians Fortschritten auf eine Weise sprach die mich stolz und glücklich machte nicht sagte er fürchte er weniger als je bereuen zu müssen dass er ihn zur Musik gerufen ein Mensch von solcher Selbstkontrolle und solcher Heiklichkeit gegen das Abgeschmackte und alles dem Publikum Bequeme werde es zwar schwer haben äußerlich wie innerlich aber das sei hier gerade recht denn nur die Kunst könne einem Leben Schwere verleihen das sonst an seiner Fazilität sich zu Tode langweilen würde auch bei Lautensack und dem berühmten Bermeter schrieb ich mich ein froh dass ich um Adrians Willen keine Theologie mehr zu hören brauchte und ließ mich von ihm in den Kreis des Café Zentral einführen eine eine Art Bohème Club der ein verräuchertes Sonderzimmer des Lokals mit Beschlag belegt hatte wo die Mitglieder nachmittags Zeitungen lasen Schach spielten und die kulturellen Ereignisse besprachen es waren Konservatoristen Maler Schriftsteller junge Verlagsbuchhändler auch musisch interessierte angehende Rechtsanwälte dazu ein paar Schauspieler Mitglieder der sehr literarisch geleiteten Leipziger Kammerspiele und so fort Rüdiger Schildknapp der Übersetzer uns an Jahren beträchtlich voran wohl Anfang 30 gehörte wie schon erwähnt zu der Runde und da er der einzige war an den Adrian sich enger anschloss so trat ich ihm auch näher und verbrachte manche Stunde in beider Gesellschaft dass ich dabei ein kritisches Auge auf den Mann hatte den Adrian seiner Freundschaft würdigte fürchte ich der Vorlauf in Skizze wird abzumerken sein die ich hier von seiner Person entwerfen will obgleich ich mich bemühen werde und mich immer bemüht habe ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen Schildknapp war in einer schlesischen Mittelstadt als Sohn eines Postbeamten geboren dessen Stellung sich über das Subalterne erhob ohne in den eigentlich höheren Akademikern vorbehaltenen Verwaltungsdienst in die Regierungsratssphäre weiterführen zu können ein solcher Posten fordert kein Abiturientenzeugnis keine juristische Vorbildung man erlangt ihn nach einigen Jahren Vorbereitungsdienst durch Ablegung der Obersekretärprüfung dies war der Weg Schildknaps des Älteren gewesen und da er ein Mann von Erziehung und guter Form auch gesellschaftlich ehrgeizig war die preußische Hierarchie die ihn aber von den oberen Zirkeln der Stadt entweder ausschloss oder wenn sie ihn ausnahmsweise zuließ ihm dort Demütigungen zu Kosten gab so haderte er mit seinem Lose und war ein verstimmter Mann ein Schmoller der den verfehlten Aufbau seines Lebens die Seinen durch schlechte Laune entgelten ließ Rüdiger sein Sohn schilderte uns sehr anschaulich indem er Komik vor Pietät setzte wie die soziale Verbitterung des Vaters ihm zusammen mit der Mutter den Geschwistern das Leben vergelt hätte dies umso empfindlicher als sie sich der Kultur des Mannes gemäß nicht in grobem Zank sondern als feinere Leidigkeit ausdrucksvollere Selbstbemitteleidung kundgegeben hatte er war etwa zu Tische gekommen umso gleich bei der Fruchtsuppe in der Kirschen schwammen heftig auf einen Kern zu beißen und sich eine Zahnkrone zu verletzen ja seht hatte er mit bebender Stimme gesagt indem er die Arme ausbreitete so ist es so geht es mir so sieht es mir gleich es ist in mich gelegt so soll es sein ich hatte mich auf diese Mahlzeit gefreut hatte einigen Appetit verspürt der Tag ist warm von der kalten Schale hatte ich mir Erfrischung versprochen da muss dies geschehen gut ihr seht wohl Freude ist mir nicht gewährt ich verzichte auf weiteres ich ziehe mich auf mein Zimmer zurück lasst es euch schmecken so hatte er mit Versagen der Stimme geschlossen und war von Tische gegangen wohl wissend dass es ihnen bestimmt nicht schmecken würde da er sie in tiefer Depression zurückließ man kann sich denken wie erheitert Adrian durch die trübselig lustige Wiedergabe solcher mit jugendlicher Intensität erlebte Szenen war dabei hatten wir unser Lachen immer etwas zu dämpfen und dem schonen verständnisvollen zu halten da es sich schließlich um des Erzählers Vater handelte Rüdiger versicherte das soziale Inferioritätsleiden des Familienhauptes habe sich mehr oder weniger ihnen allen mitgeteilt er selbst habe es als eine Art von seelischem Knacks aus dem Elternhause davongetragen aber gerade der Verdruss darüber schien einer der Gründe gewesen zu sein weshalb er dem Vater nicht den Gefallen getan in seiner Person die Scharte auszuwetzen ihm die Hoffnung vereitelt hatte doch wenigstens in dem Sohne noch Regierungsrat zu werden man hatte ihn das Gymnasium absolvieren lassen ihn auf die Universität geschickt aber nicht einmal bis zum Assessorexamen war er gediehen sondern hatte sich der Literatur ergeben und lieber auf jede geltliche Versorgung von zu Hause verzichtet als dass er den heißen aber ihm widrigen Wünschen des Vaters genügt hätte er schrieb Gedichte in freien Rhythmen kritische Aufsätze und kurze Erzählungen in reinlicher Prosa hatte aber teils unter wirtschaftlichem Zwang teils auch weil seine Produktion nicht eben übermächtig sprudelte seine Tätigkeit vorwiegend auf das Gebiet der Übersetzung namentlich aus seiner Lieblingssprache dem Englischen verlegt und bediente nicht nur mehrere Verlage mit Verdeutschungen englischer und amerikanischer Unterhaltungsbellitristik sondern ließ sich auch von einem Münchner Luxus und Kuriositäten Verlage mit der Übersetzung älteren englischen Schrifttums der dramatischen Moralitäten Skeltans einiger Stücke von Fletcher und Webster gewisse Lehrgedichte von Pope beauftragen und besorgte vorzügliche deutsche Ausgaben von Zwift und Richardson dergleichen Werke versah er mit wohlfundierten Einleitungen und betreute die Übertragung mit viel Gewissenhaftigkeit Stilgefühl und Geschmack bis zur Versessenheit bemüht um die Genauigkeit der Wiedergabe das Sichtdecken des sprachlichen Ausdruckes und mehr und mehr den intrigierenden Reizen und Mühen der Reproduktion verfallend dies nun aber brachte eine Seelenlage mit sich die auf anderer Ebene derjenigen seines Vaters glich denn er fühlte sich zum selbst hervorbringenden Schriftsteller geboren und sprach bitter von dem notgedrungenen Dienst an fremdem Gut der ihn verzehrte und durch den er sich auf eine inkränkende Weise abgestempelt fand dichter wollte er sein war es auch seiner Überzeugung nach und dass er um des leidigen Broterwerbes willen den vermittelnden Literaten abgeben musste stimmte ihn absprechend kritisch gegen die Beiträge anderer und war Gegenstand seiner täglichen Klage wenn ich bloß Zeit hätte pflegte er zu sagen und arbeiten dürfte statt schuften zu müssen so wollte ich es ihnen schon zeigen Adrian war geneigt ihm das zu glauben ich aber vielleicht zu hart urteilend vermutete in seiner Verhinderung immer einen im Grunde willkommenen Vorwand mit dem er sich selbst über den Mangel eines genuinen und durchschlagenden Schaffensimpulses täuschte bei all dem darf man ihn sich nicht grießgrämlich denken im Gegenteil er war sehr lustig ja albern begabt mit einem ausgesprochen angelsächsischen Sinn für Humor und von Charakter ganz das was die Engländer boyisch nennen sofort war er immer mit allen Söhnen Albions bekannt die als Touristen Kontinentalbummler Musikbeflissene nach Leipzig kamen redete in vollkommener wahlverwandtschaftlicher Anpassung Anpassung ihre Sprache mit ihnen Talking Nonsens nach Lust und Liebe und wusste sehr komisch ihre eigenen Versuche im Deutschen nachzuahmen ihren Akzent ihr allzu korrektes Verfehlen des umgangssprachlichen Ausdruckes ihre Ausländerschwäche für das sehr schriftliche Pronomen jener jenes wie sie also sagten besichtigen sie jenes wenn sie nur sagen wollten sehen sie das da auch sah er gerade so aus wie sie ich habe noch gar nicht von seiner Erscheinung gesprochen sie war sehr gut und ungeachtet der ärmlichen immer gleichen Kleidung zu der seine Verhältnisse ihn nötigten elegant und sportlich herrnhaft er war von markanten Gesichtszügen deren geradezu edler Charakter nur durch eine etwas zerrissene und zugleich weichliche Mundbildung wie ich sie bei Schlesien öfters beobachtet habe leicht beeinträchtigt wurde hochgewachsen breitschultrig schmalhüftig langbeinig trug er tagaus tag ein dieselben schon recht mitgenommenen gewürfelten Breaches wollene Langstrümpfe derbe gelbe Schuhe ein Hemd aus grobem Leinen dessen Kragen offen stand und darüber irgendeine Jacke von schon unbestimmt geworbener Farbe und mit zu kurzen Ärmeln die Hände aber waren vornehm langfingrig mit schön geformten ovalen gewölbten Nägeln und so unverläugbar gentlemanlike war das Gesamtbild das er bot dass er es wagen konnte in seinem salonwidrigen Alltagsaufzuge Gesellschaften zu besuchen bei denen Abenddress herrschend war den Frauen gefiel er immer noch besser wie er da war als seine Nebenbuhler in korrektem Schwarz und Weiß und man sah ihn bei solchen Empfängen umringt von unverhohlen bewundernder Weiblichkeit und doch und wiederum konnte seine dürftige durch banalen Geldmangel entschuldigte Hülle seinem Kavalierstum nichts anhaben das als die natürliche Wahrheit hindurch schien und sich gegen sie durchsetzte so war wieder diese Wahrheit zum Teil eine Täuschung und in diesem komplizierten Sinne war schildknapp ein Blender die Sportlichkeit seiner Erscheinung war irreführend denn er trieb gar keinen Sport ausgenommen ein wenig Skilauf mit seinen Engländern zur Winterszeit in der Sächsischen Schweiz wobei er sich aber leicht Darmkatarre zuzog die meiner Meinung nach nicht ganz harmlos waren denn trotz seiner braunen Gesichtsfarbe seinen breiten Schultern stand seine Gesundheit nicht auf den festesten Füßen und als noch jüngerer Mensch hatte er eine Lungenblutung gehabt neigte also zu Tuberkulose seinem Glück bei Frauen entsprach meiner Beobachtung nach nicht ganz das Glück dessen sie sich bei ihm erfreuten wenigstens individuell denn in ihrer Gesamtheit genossen sie seine ganze Verehrung eine vagierende umfassende Verehrung die so sehr dem Geschlecht als solchen den Glücksmöglichkeiten der ganzen Welt galt dass der Einzelfall ihn unaktiv sparsam zurückhaltend fand dass er so viel Liebensabenteuer hätte haben können wie er wollte schien ihm zu genügen und es war als scheute er vor jeder Bindung ans Wirkliche zurück weil er einen Raub am Potentiellen darin sah das Potentielle war seine Domäne der unendliche Raum des möglichen sein Königreich darin und so weit war er wirklich ein Dichter aus seinem Namen schloss er dass seine Vorfahren riesige Begleiter von Edlen und Fürsten gewesen waren und obgleich er nie auf einem Pferde gesessen hatte auch gar nicht nach der Gelegenheit trachtete einst zu besteigen fühlte er sich zum Reiter geboren er schrieb es atavistische Erinnerung einem Blutserbe zu dass er sehr oft vom Reiten träumte und machte uns ungemein überzeugend vor wie natürlich es ihm war mit der linken den Zügel zu halten und mit der rechten dem Gaule den Hals zu klopfen die häufigste Redenzart in seinem für ein wehmütiges Erwägen von Möglichkeiten vor deren Erfüllung die Entschluss Unfähigkeit stand man sollte dies und jenes tun dies und jenes sein oder haben man sollte einen Leipziger Gesellschaftsroman schreiben sollte sei es auch als Tellerwäscher eine Weltreise machen sollte Physik sollte Astronomie studieren ein Gütchen erwerben und nur noch im Schweiß seines Angesichtes die Scholle bestellen hatten wir uns in einem Kolonialwarengeschäft ein wenig Kaffee malen lassen so war er im Stande beim Hinaustreten mit nachdenklichem Kopfnicken zu äußern einen Kolonialwarenladen sollte man haben von Schildknapps Unabhängigkeitssinn habe ich schon gesprochen es drückte sich dieser Jahr schon in seiner Verabscheuung des Staatsdienstes seiner freien Berufswahl aus doch war er auch wieder viele Herren Diener und hatte manches vom Krippenreiter warum hätte er übrigens bei seinen schmalen Verhältnissen nicht von seinen guten Aussehen seiner gesellschaftlichen Beliebtheit einen nützlichen Gebrauch machen sollen er ließ sich viel einladen aß da und dort zu Mittag in Leipziger Häusern auch in reichen jüdischen obgleich man antisemitische Äußerungen von ihm hören konnte Leute die sich zurückgesetzt nicht nach Gebühr gewürdigt fühlen und sich dabei einer edlen Physis erfreuen suchen oft ihre Genugtuung in rassischem Selbstgefühl Das Besondere seines Falles war nur dass er auch die Deutschen nicht mochte von ihrer volksgesellschaftlichen Inferiorität durchdrungen war und es nun wieder damit erklärte dass er es eher noch oder lieber gleich mit den Juden hielt Diese ihrerseits die jüdischen Verlegersfrauen und Bankiersdamen blickten mit der tief gefühlten Bewunderung ihrer Rasse für deutsches Herrenblut und lange Beine zu ihm auf und genossen es sehr ihn zu beschenken Die Sportstrümpfe Gürtel Sweeter und Halstücher die er trug waren meistens Geschenke und nicht immer ganz Unprovozierte Denn wenn er eine Dame beim Shopping begleitete konnte er wohl auf einen Gegenstand weisen und sagen Nun Geld würde ich dafür nicht geben höchstens geschenkt würde ich es nehmen Und er nahm es geschenkt mit der Miene eines der ja gesagt hatte dass er kein Geld dafür geben würde Im Übrigen bewies er sich und anderen seine Unabhängigkeit durch die grundsätzliche Weigerung sich gefällig zu erweisen Also dadurch dass er wenn man ihn brauchte bestimmt nicht zu finden war Fehlte ein Tisch her und man bat ihn einzuspringen so sagte er unfehlbar ab Wünschte jemand für eine Reise einen vom Arzte vorgeschriebenen Kuraufenthalt sich seiner angenehmen Gesellschaft zu versichern so war seine Weigerung desto gewisser je deutlicher dem anderen an seiner Unterhaltung gelegen war So hatte er sicher auch dem Ansinnen Adrians verweigert ihm Love's Labors Lost als Textbuch einzurichten Dabei liebte er Adrian sehr war ihm aufrichtig anhänglich und dieser nahm ihm das Versagen nicht übel war überhaupt voller Duldsamkeit gegen seine Schwächen über die er auch schildknapp selber lachte und viel zu dankbar für sein sympathisches Gespräch seine Vatergeschichten seine englische Albernheit als dass er ihm etwas hätte nachtragen mögen Nie habe ich ihn so viel lachen und zwar Tränen lachen sehen wie beim Zusammensein mit Rüdiger Schildknapp Ein echter Humorist wusste der den unscheinbarsten Dingen eine momentan überwältigende Komik abzugewinnen So ist es ja eine Tatsache dass das Zerbeißen von sprödem Zwieback das Gehör des Essers mit betäubendem Geräusch belegt es gegen die Außenwelt absperrt und Schildknapp demonstrierte nun also beim Tee wie eine Zwieback essende Gesellschaft einander gar nicht verstehen könne und ihre Konversation auf wie beliebt haben sie etwas gesagt einen Augenblick bitte beschränken müsse wie konnte Adrian auch lachen wenn Schildknapp mit seinem Spiegelbild haderte er war nämlich eitel nicht auf banale Art sondern in dichterischer Hinsicht auf das Unendliche seine Entschlussfähigkeit weit übersteigende Glückspotenzial der Welt für das er sich jung und schön zu halten wünschte und grämte sich über die Neigung seines Gesichtes zu verfrühter Runzelbildung vorzeitigem Verwittern ohnehin hatte sein Mund etwas Greisenhaftes und zusammen mit der gerade darauf niedergehenden etwas hängenden Nase die immer gern noch als klassisch anzusprechen bereit war ließ er Rüdigers Altersphysionomien vorwegnehmen dazu kamen Stirnfalten Strichfrüchen von der Nase bis zum Mund und sonst allerlei Krähenfüße so brachte er den Misstrauisch sein Gesicht dem Spiegelglas nah schnitt sich eine saurigere Masse hielt sein Kinn mit Daumen und Zeigefinger strich sich angewidert die Wangen hinunter und winkte seinem Bilde so ausdrucksvoll mit der Rechten ab dass wir beide Adrian und ich in lautes Lachen ausbrachen was ich noch nicht erwähnt habe ist dass seine Augen genau die gleiche Farbe wie diejenige Adrians hatten das war sogar eine merkwürdige Gemeinsamkeit ganz ganz eben dieselbe Mischfarbe aus Grau Blau Grün wiesen sie auf wie bei jenem und selbst ein identischer rostfarbener Ring um die Pupillen ließ sich bei beiden feststellen klinge es nun so sonderbar wie es mag aber es schien mir immer schien mir gewissermaßen zu meiner Beruhigung so als hätte Adrians lachlustige Freundschaft für Schildknapp mit dieser Gleichheit ihrer Augenfarbe zu tun was dem Gedanken gleich kam dass sie auf einer ebenso tiefen wie heiteren Indifferenz beruhte kaum brauche ich hinzuzufügen dass sie einander alle Zeit mit Nachnamen und sie anredeten wusste ich Adrian auch nicht so zu amüsieren wie Schildknapp das Kindheitsdut zwischen ihm und mir hatte ich doch vor dem Schlesier voraus und das das die auch